Rose Bamberg TV Team Lu, aber eigentlich habe ich eigentlich eine Spitzung. Mein Euroleague-Debüt und den Gewinn des Albert-Schwalzer-Turniers. Schnitzel mit Pommes. Burger und Pommes. 3, 8 plus 8 ist 16 und eigentlich habe ich die 8, aber die trägt Luca leider. Mein Kapital. Fußballspiel. Kobe Bryant. Über alles. Mein perfekter Tag. Ausschlafen. Dann kommt auf einmal im Sommer einfach nur am Strand liegen, bisschen Sonne genießen, Musik hören oder in der Saison gutes Workout und dann die Rest des Tages frei mit Freunden treffen und den Tag genießen. Musik Sehr schön. Das fragt mich immer wieder. Musik Ähm, vielleicht sowas wie ein 4-Point-Shot von der Mittenlinie oder ein bisschen näher dran. Wie auch immer. Eine Powerbank mit einem Aufladekabel und meistens eine Flasche Wasser oder so. Neues Handy. Dann wäre ich Lufwaage. Arzt wäre ich gerne geworden oder Anwalt. Musik Keine Ahnung, gibt es viele Leute, ich weiß nicht, aktuelle NBA-Spieler, die Cameron Durant oder so. Fliegen oder unsichtbar sein? Musik Ähm, Softdrinks. Rose Bamberg TV Spielberichte, Livestreams, Interviews und Stories Musik 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 Musik